Hallo. Du bist? Die Jenny. Die Jenny. Hallo Jenny. Hi. Du machst Service oder? Ja. Und warum meinst du, dass es nicht läuft? Naja, er ist nett und er kommt auch mit allen klar. Er ist aber, ich sag mal, überfordert, glaube ich einfach. Gut. Er hat den Partyservice, er hat das Kita-Essen, er hat die Veranstaltung, er hat das à la carte. Er macht alles alleine. Ist er ein Gastgeber? Bei Veranstaltungen ja. Ja. Das heißt? Im à la carte nicht. Im à la carte nicht? Nee. Dann gib mal Gas, dass du fertig wirst. Wir sehen uns gleich noch. Es kann nur besser werden. Also ich gebe dem Laden halt auch nicht mehr lange, wenn es so weiter läuft. Die schöne Dorfputze hier. Und im Grunde genommen sind das die Läden, wo in so einem Landkreis alle hinkommen müssen, wenn sie den 50. feiern, wenn sie Überlegungen haben, goldene Hochzeiten. Das muss hier knallen. Man braucht nur Vertrauen, gute Unterhaltung und Enthusiasmus und muss es zeigen. Und ich glaube, von dieser Erzählung hatte Sandro gar nichts davon. Vielleicht hat er ja ein goldenes Händchen als Koch. Schließlich hat Sandro den Beruf von der Pike auf gelernt und steht seit seiner Ausbildung in der Küche. Hohe Erwartungen also. Die Testesser, die bekommen heute Abend einen kleinen gemischten Salat als Vorspeise. Dann als Hauptgang habe ich für die Testesser einen Rübenmus im Haus gemacht mit Kochwurst, Schweinebacke und Kassler. Und als Dessert gibt es ein Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne. Hi. Moin. Was hast du hier? Kochwurst. Was ist das hier? Das ist mein Dressing für einen Salat. Du weißt schon, dass man das überall im Supermarkt kaufen kann und dass die Menschen das, die in ein Restaurant wollen oder sollen, auch im Supermarkt kaufen können. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, zu dem es zu Hause auch gibt. Ja. Das ist schlecht, ich weiß. Gut. Das ist ja nur so. Nein, leuchtet auch. Ich nehme ja nur auf. Was ist da drin? Kassler, Schweinebacke. Ja. Und in dem obersten mein Rübenmus, der schon fertig ist. Und ist somit bereit für den feinen Gaumen des Sternekochs. Der testet die regionale Spezialität mit Fingerspitzengefühl. Gisst du, wie das schmeckt? Wenn ich rausgehe und ein bisschen Luft einatme, dann hat es mehr Geschmack. Nicht gerade der beste Start. Im Gastraum hilft Sandros Frau Nancy, die Tische einzudecken. Normalerweise hält sich die gelernte Krankenschwester in Elternzeit aus dem Restaurantgeschäft raus. Hallo. Hallo. Hi. Du bist Nancy? Genau. Hi. Hallo. Hallo. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Komm, wir setzen uns einfach mal hin und quatschen mal. Also von der Skala von 0 bis 100 sind wir bei 105. Der Erleichterung, dass er da ist. Warum hast du mich gerufen? Weil ich Angst habe, dass wir den Laden nicht mehr lange haben könnten. Und unser Familienleben auch den Bach runtergeht dadurch. Und warum meinst du, dass euer Familienleben den Bach runtergeht? Weil mein Mann 24 Stunden im Laden ist, wir unser drittes Kind erwarten. Und finanziell natürlich auch. Eigentlich lief alles gut bei den beiden. Im Internet kennengelernt, vor vier Jahren geheiratet, zwei Kinder bekommen und Nummer drei ist unterwegs. Mit dem Gasthof erfüllte sich Sandro einen Kindheitstraum. Doch der entwickelt sich zum Albtraum. Sandro ist ein sehr liebenswerter Mensch, der sich wirklich für seine Familie aufopfert und alles tun würde, damit der Familie gut geht. Meine Frau ist mein Leben, meine Frau, ich will nur, dass es meiner Familie gut geht. Und natürlich, dass der Laden läuft, dass wir was erleben können, dass wir Ausflüge machen können. Ja, meine Frau ist alles für mich. Ja, er ist ein toller Ehemann, er ist ein toller Papa. Kann mir keinen besseren Mann vorstellen, aber das spricht halt die Familie, so wie sie im Moment ist. Ich finde, es ist schon krass, was hier gerade passiert bei euch. Ja. Hier muss was passieren. Genau. Sonst fliegt euch das hier um die Ohren. Man ist gefrustet, ich bin gefrustet zu Hause, weil er hier die ganze Zeit macht und tut. Er ist gefrustet, weil es einfach nicht läuft. Und diese Stimmung schlägt sich auf ihr Eheleben nieder. Das ist am Boden. Der Laden ist erstmal scheißegal. Es geht erstmal um euch, um eure Familie, um eure Finanzen, um eure Kinder. Und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Als angestellter Koch hatte Sandro nie Probleme. Aber als selbstständiger Gastwirt scheint ihm das notwendige Gastgebergen zu fehlen. So ist es. Was nützt das, wenn wir hier den großen Zampano machen und gastronomisch hier alles gerade biegen, wenn die Familie nicht funktioniert, wenn nicht genug Geld verdient wird, wenn keine Zeit da ist, wenn das ganze Konstrukt nicht rund ist. Das muss eine 360-Grad-Lösung sein, sonst bringt das nichts. Von all dem ahnen die Testesser nichts. Dafür kommen sie schneller als das Team denkt. Sind das jetzt schon Testesser? Okay, alles klar. Hallo! Insgesamt 20 Gäste aus dem Umland sollen heute ihr Urteil fällen. Über das Essen, den Service, aber auch das Ambiente des abgeschiedenen Landgasthofs, in dem sie nie zuvor waren. Ein bisschen abgelegen hier, aber der erste Eindruck ist erstmal gar nicht schlecht. Ja, in der Räumlichkeit ist es also so sehr altback, muss ich sagen. Ohne Navi, glaube ich, wären wir dran vorbeigefahren. So die Außenwirkung finde ich sehr altbacken. Ja, urig ist es schon irgendwie, aber ich finde es tatsächlich nicht stimmig. Also so hier mit Plastikblumen. In der Küche ist auch nicht alles echt. Die Fertigsoße wird kurzerhand umgefüllt. Nur wird sie so leider nicht hausgemachter. Ziel ist es, die Gäste mit einem gemischten Salat zu begeistern. Mal sehen, ob sich der Sternenkoch darüber freut. Oh, guck mal hier. Die Gäste bekommen die eher lieblose Kreation kredenzt. Und das erste Urteil bleibt nicht aus. Also ich könnte es besser zu Hause machen, glaube ich. Also besser anrichten. Das ist ja, glaube ich, sogar so ein American Dressing. Das interessiert mich echt gar nicht. Sandros Soßengeheimnis wurde noch vor dem ersten Bissen entlarvt. Kein guter Start für den bunten Salat und das gesamte Testessen. Die Vorspeise war das, was ich mir eigentlich nicht wünsche, wenn ich essen gehe. Das war halt ganz, ganz, ganz einfacher Salat mit ein paar Tupfen Fertigdressing aus der Flasche, das man sofort erkennt. Also das finde ich schon fast ein bisschen frech, ehrlich gesagt. Mit dieser Meinung ist sie nicht allein. Zwei Scheiben Gurke, eine Scheibe Tomate, Eisbecksalat und... Willst du mich veräppeln oder was? Wenn mir das einer zu Hause servieren würde, dann würde ich sofort sagen, hol die Umzugkartons und raus. Kein Salz, kein Pfeffer, dann dieses gekaufte Dressing. Nee, das esse ich auch nicht. Das ist ja... Das ist so... Ne? Also... Der Sternekoch verweigert die Kostprobe. In der Küche ahnt Sandro davon nichts. Jenny, was hast du für Tische? Welche Größen? Vier, fünf... Ich guck mal. Also es ist so alles ein bisschen... Hektik. Also Sandro ist ja auch nicht der Ruhigste, wenn was los ist. Der Sechs, was? Das muss nur raus. Wenn ich sage raus, dann... Sonst ist es draußen, ist es dann wieder kalt. Da ist meine Zange hin. Ich bin dann wie so ein Hase immer hin und her und wie Falschgeld rumgelaufen. Was machst du jetzt eigentlich als erstes? Und dann wolltest du es machen, hast du es schon wieder vergessen. Ja, ging alles drunter und drüber. Wie lange war das Fleisch jetzt im Ofen? Drei Stunden? Zweieinhalb. Drei. Aber jetzt guck doch mal durch den Wasserdampf, ne? Ist das Fleisch doch... Tot. Nee, tot. Ja. Weil jeglicher Geschmack wurde durch den Dampf ausgeschwemmt. Ja. Ein Todesurteil. Aber der Gastwirt muss das abgewatschte Fleisch aus Mangel an Alternativen servieren. Ja, also wenn Frank mir sowas ins Gesicht sagt, das ist natürlich sehr, sehr scheiße, sowas zu hören. Und die Gäste werden wahrscheinlich etwas Ähnliches sagen, wenn man an das Vorspeisen-Fiasko denkt. Doch jetzt hilft nur noch Augen zu und positiv denken. Vielleicht überzeugt der Rest auf dem Teller. Der Rübenmus könnte auf jeden Fall mehr Gewürz sein. Ich weiß nicht, ähm, ich bin morgens mit den Karottenstückchen drin, aber an sich ist es ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Schreckt nach nichts das Rübenmus. Setzen sechs. Das Rübenmus ist durchgefallen. Bleibt noch die Kochwurst neben dem geschmacklosen Fleisch? Kann die denn die Erwartungen erfüllen? Ich kann wirklich kein gut verkochen. Ich bin auch schon viel in die Hose gegangen. Aber eine Kochwurst zu zerkochen ist echt eine Meisterleistung. Es ist echt schlecht. Also ich habe selten so was Schlechtes gesehen. Es war schon eine schwere Enttäuschung hier heute Abend für mich. Da hatte ich mir eigentlich mehr von versprochen. Gerade von so einem klassischen Gericht wie Rübenmus in Schleswig-Holstein. Ein Fazit, mit dem er offenbar nicht allein ist. Auf den Tellern häuft sich das verschmähte Muß. Ich fange mal so an. Also kochtechnisch gibt es dafür keine Schulnote. Sechs könnte man geben. Aber normalerweise heißt das Gesellenbrief verbrennen, sich eine Bratwurst drauf grillen und irgendwie ganz schnell des Landes verwiesen werden. Das hier, wie das zubereitet wurde, das ist einfach so was von unterirdisch schlecht gemacht. Wie kann man denn Fleisch zwei, drei Stunden unter Dampf warm halten, dass es so ausgewässert ist, totgegart. Da ist auf dem Baumarkt der Spanplatte besser. Die ersten zwei Gänge sind durch. Durchgefallen. Zeit für den Service, die Stimmung etwas aufzuheitern. Servicekraft Jenny versucht mit zwei neuen Kolleginnen alles, damit die Gäste und deren vierbeinigen Freunde sich wohlfühlen. Mit Erfolg. Also den Service habe ich sehr positiv bisher erlebt. Die Getränke kamen schnell. Der Hund hat was zu trinken bekommen. Also den Service fand ich sehr freundlich. Ich war sehr positiv angetan. Also da finde ich gibt es wenig Verbesserungspotenzial. Während im Gastraum die Laune trotz des schlechten Essens steigt, herrscht in der Küche eine eher traurige Stimmung. Ja, das Eis habe ich fertig gekauft quasi in so einer Packung. Sahne, die habe ich geschlagen mit Zucker. Und die Himbeeren habe ich leicht gezuckert auf dem Herd. Nur erwärmt, also nicht kochen lassen, weil ansonsten wird es nur flüssige Pampe. Klingt eigentlich nach jemandem, der weiß, was er tut. Und schließlich kocht Sandro seit dem Ende seiner Ausbildung und kann sich keinen anderen Beruf vorstellen. Aber war es wirklich eine gute Wahl, heute Standard-Dessert zu servieren? Wenn ich sagen würde, es ist nichts Besonderes, dann wäre das noch geschmeichelt. Mir fehlt so ein bisschen die echte Vanilla da drin. Und die Himbeeren sind sehr bröselig oder zerkocht. Der Sternekoch findet da klarere Worte. Oder auch nicht. Mir fällt einfach nichts mehr dazu ein. Vielleicht ganz sachlich gesprochen, das ist einer gastronomischen Arbeit aus der Abteilung Küche nicht würdig. Nach dieser würdelosen Nachspeise wird es spannend, wie die finale Bewertung wohl ausfällt. Die Küche ist einfach nichts Besonderes. Da fehlt das gewisse Etwas. Mein Gefühl nach dem Testessen, das war eigentlich nicht begeistert, aber auch nicht schlecht. Ich hatte, glaube ich, gar kein Gefühl. Ich war froh, dass ich es hinter mich hatte. So, ihr Lieben. Jetzt dürft ihr bewerten. Und zwar gibt es jetzt diese Karten und ihr habt Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Ambiente und Service. Und bewertet bitte pro Kategorie maximal zehn Punkte. Die knallharte Wahrheit wird das Ehepaar aber erst morgen serviert bekommen. Gattin Nancy ahnt schon Schreckliches. Das Testessen auf die Bewertung bin ich sehr gespannt und ich glaube, wir werden heute Nacht auch einen schlaflosen Nachbarn. Den Testessern fällt es offenbar nicht leicht. Gaumengraus oder Gaumenschmaus? Doch am Ende ist das Urteil gefällt. Frank verabschiedet sich für heute von Sandro. Hey. So. Das war unser erster Tag. Ja. Starke Frau hast du. Wirklich. Vielen Dank. Das sind die Ergebnisse. Die gehe ich jetzt auswerten. Dann bis morgen. Bis morgen. Danke. Tschüss. Der Gastwirt wird noch entspannt. Der Restauranttester hingegen ist angespannt. Also wenn ihr mich fragt, absolute Vollkatastrophe. Keine Struktur. Gar keine Ahnung von Kochen, von Kochvorgängen. Zeitgemäß überhaupt die einfachste, die einfachste, einfachste Art und Weise zu kochen. Nichts ist da. Gar nichts. Also das wird morgen ein Desaster. Egal was die hier sagen.